hallöchen der onkel hier und es geht schon wieder los ein neues spiel diesmal und wir spielen kontraband police das ist sehr lustiges spiel ich habe schon mal reingeguckt wir fangen natürlich ganz neu an spielen eine kampagne und machen das fünftägige training natürlich mit seite breit hervorragend ja wie geht es euch es gibt es neues sind sehr gespannt wird auf jeden fall ein sehr gutes spiel ich habe da ein bisschen reingeguckt macht auf jeden fall tierischen spaß ist auf jeden fall ein fiktives werk und so weiter und so fort alles frei erfunden sind am grenzübergang in karika taktak taktak in arkanistan 1981 die mucke alter da los aha schau wir mal Da sind wir, oder was? Ja, danke. Haha, die Sache. Ich liebe es. Guckt euch diese schäbische Kamera an. Mein Name ist Kommissar Andrzejew. Und das ist das Wachstum. Auf Wiedersehen. Die Große Wohnungsbaulotterie beginnt niemandem Verlosung teil und gewinnt eine Luxuswohnung im Herzen der Hauptstadt. Die Kosten für den Gutschein betragen nur 100 Dollar. Ja. So, so. Luzi Aftu. Wo stehst du? So. Jetzt macht er eine Taschenlampe. Hier schaut's aus. Aha. Diensthandbuch. Okay. Steht mir nicht alles viel. Aber ja, ich verstehe. So, los geht's. Dann lassen wir mal den ersten Kollegen ranfahren. Schönen guten Tag. Ah, guten Tag. Jetzt sind die Tolle. Okay. Bitte die Dokumente. Dankeschön. Okay. Das ist... Okay. Die Nutzung des automatischen Vergleichs reduziert deine Wahrnehmung. Wenn du zu niedrigst, funktioniert der Vergleich langsamer. Wenn du zu niedrigst, bleibt der Vergleich langsamer. Wenn du zu niedrigst, bleibt der Vergleich ein visuelles Vergleich. Okay. Um deine Wahrnehmungsfähigkeit zu regionieren, solltest du eine Pause einlesen. Erwäge den Kauf einer besseren Unterkunft, um die Wahrnehmungsniveau dauerhaft zu erhöhen. Volle Wahrnehmung, niedrige Wahrnehmung, Wahrnehmung. Aufgebraucht. Passt nicht zueinander. Okay. Kalender. Okay, ich verstehe. Vollbericht. Diesen Bericht vermerkst du alle Ungereimtheiten, die in den Dokumenten auftauchen. Markiere mindestens einen Fehler, bevor du einen Fahrer abweist. Oder hinterlasse einen sauberen Bericht, wenn du die Einreise genehmigst. Binde alle Unregelmäßigkeiten, um die höchstmögliche Punktezahl zu erreichen. Mit der Zeit wird es dann wieder zusätzlich... Ah, so verstehe. Ja gut. Da ist diese Nummer. Passt. Gültig bis 6. Mai. Wir haben gerade den 16. April 81. Und bis 6. Dezember. Passt. Foto passt auch. Okay, nehmt. Titelauf. Korrekte Fahrzeugkontrolle. Die Karre, die ist so niedlich. Guten Abend. Ist, 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 ist. Alle Ausländer müssen sich in eine große Bahrain-Rasalanung gesetzt. Trämen in diesen alle weiteren Fahrer. Dokumente bitte. Schauen wir mal. Königreich Rekay. Okay. Das wäre hin. Jodow. Es gibt nicht den Namen. Aha, da haben wir es schon. Dies und dies. Stimmt. Glücklich bis 12. April. Ist auch abgelaufen. 22. Mai. Okay. So. So. Foto weiß ich nicht. Das stimmt. Okay. Du darfst nicht rein. Verweigert. Ich mache einen großen Fehler, sagt er. Ah, guck ein Kollege. Ich bin hier. El Kapitan. Hehehe. Schüttel drauf. Sehr gut. Der nächste bitte. Biere. Bitteschön. Dankeschön. Schauen wir mal. Foto passt. Der Name passt auch. Passt auch. Gültig bis 18. Mai. Okay. 20. Mai. Das ist alles. Okay. Mimikt. So einfach ist das. Schönen Tag noch. Ebenso. Gute Fahrt. Vorsichtig. Mit einem guten Lader. Wieder 100 Dollar verdient. Das geht dir nicht. Wie Spitzel packen, Kinders. So. Auch eine geile Kerle. Guck dir das an. Ah. Hatten wir dahinter nicht. Servus. Dokumente. Por favor. Schauen wir mal. Bist du das? Was bist du? Ablitz. Mai 3. Stimmt. Pass Nummer. Und nicht sehe ich. Ich hab ihn hier ja schon. Merz. Auch abgelaufen. Kollege. Ist auch abgelaufen. Hier ist alles abgelaufen. Okay. Wir haben. Nur der Name stimmt. Okay. Abgelenkt. So geht das. Nee da. Nein. Doch. Aus hier. Irgendwas geschmuggig. Der Kollege. So. War es das? Haben wir schon Feierabend? Mariso. Was ist lustig? Nee. Du schwebe hast mich. Du schwebe hast mich. Du schwebe hast mich. Nein. Die Wohnung. Ja. Hihihihihi. I love Akasistan. Mit Schlüpper draußen hängen. Nicht schlecht. Schon du Lüx, Kinder. Da ist das Scheißhass. Ist auch was zu lesen? So. Lol. Oh. Das schaut schon hart widerlich aus. So. Ja. Dann geh mal in die wohlverdiente. Ruhe. Alter. Ich muss mal einen Abwasch machen. Bierchen. Du. Alter. Das ist hier lieb. Das ist hier lieb. Du. Du. Ja. Das schaut recht gemütlich aus. Achso. Schlaf regeneriert deine Wahrnehmungsfeier. Du brauchst um Dokumente zu vergleichen. Es dauert acht Stunden bis du dich vollständig erholt hast. Werte dein Quartier auf und die maximale Gesundheit und Wahrnehmungsstufe dauerhaft. Okay. Wir werden schon sehen. Okay. Was haben wir jetzt verdient? 365. Na gut. So läuft das. Okay. Der Juri leitet uns am zweiten. Zweiten Tag? Okay. 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 Ich weiß gar nicht ob das eine echte Sprache ist. Ich weiß gar nicht ob das eine echte Sprache ist. So. Alter des Fahrers 50. Und da haben wir. Partielle Zulassungsnummer 9QE. Wir vermuten dass der Fahrer ist der nicht zur Kontrolle angehalten hat versuchen wir die Grenze zu überqueren. Einer unserer Informaten innerhalb der schwarzen Schlange Bande hat wertvolle Informationen über eine weitere Schmuggelladung erhalten. Dann schauen wir mal. Was war das? Kann ich wieder nie merken. Alter 50 und 9QE. Okay. 9QE. Ha! Auf die Kennzeichen. So erstmal die Dokumente. Und dann steige aus. Kann man gucken. Ok. V-Licht. F. Aha. Aha. So. An diesen Orten kannst du Schmuggelware finden. In den Reifen im Dachhimmel. Im Kotflügel. Im Kraftstofftank. Stoßdämpfer. Luftfilter. Ok. Da haben wir ein Messer. Wir werden das Messer. Bildschir. Tüzen. Wunder. Spätart ist es. ..."M탁 Pamung". Wing RX-4 und einfach particle. Mal wiertere Landzei spreadsheerteid PK. Obf�ratere Man. Wissen. Damit keine Tieregänzen. Es ist sicherlich. Ei. Ist nicht so, wie es sich PA-tum, wenn Sie amobicabiosen. Es ist so, wie es ist um das Schm versaub. Er ist Illyes bisschen berat oder wo ding��세요. Aber ich bin. Da ist es doch. Was finde ich da? Ach so, da steht nur, wo das alles versteckt sein kann. Was? Okay, cool. Oh, der muss ich jetzt eh verhaften, oder gut? Oh, Freundchen. So, nicht. Hier werden Kriminelle festgehalten, die auf den Transport den Arbeitslager hatten. Warten, bauen das Gefängnis aus, um die maximale Kapitalität zu erhören. Stelle ein Gefängnis seit einem Geflucht, versuche zu verhindern. Ich denke daran, dass das zurückgelassen von krangendem Polizei, also auch das Risikobjekt ist. Aha. Okay. Ja, schmütlich hier. Spaß. Hier. Okay. Okay. Hier kannst du deine Werkzeuge, Waffen, erbeutete Schmuggellare und Handelswaren abgeben. Warte, das Lager auf, um mehr Gegenstände reinzukriegen. Ja, ja. Ich denke daran, dass alle losen Gegenstände verloren gehen. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar oder direkt aus der Polizei mitnehmen. Okay. 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 Das war's schon. Hat er nicht mehr geschmuggelt. Wenn ich meinen Koffer habe, habe ich geguckt. Da ist er nicht drin. So leck. Ich dachte, wir sind da am Dachhimmel und so. Da ist bestimmt. Nee. Okay. Na ja, wenn er das sagt. Servus. Ich bimbs. Und wir reich lernen. So. Okay. Okay, krass. So. Ah, da haben wir jetzt ein wenig. Jetzt haben wir nur noch den 50-jährigen. Okay. So, easy. Easy peasy lemon squeezy. So, Kollege. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erstmal wie alt er ist. Der friend hier. 30. April. 36. Okay. Das ist er nicht. BB3G. Das stimmt mal schon nicht hier. Das ist nix. Galip. Oh, los. Weck hier. Das stimmt ja auch nicht. Das gilt bis März. Das stimmt auch nicht. Das gilt bis März. Das stimmt ja gar nichts hier. Das ist ja auch noch bis März giltig. Alter. So, Kontrollbericht. Oh, da habe ich ja nicht mehr geguckt. Aber sonst ist bei dir alles falsch. Schauen wir mal. Alter. Er hat keine Motorhaube. Hast du da drin? Das Messer wieder weg. Okay. Vielleicht auch im Sitz. Das versteckt. Alter. So. Schauen wir mal rein. Hier schaut gut aus. Gut. Dann kannst du fahren. Also. Verweigert. Na, du bist doch sauer. Kann ich nix dafür. Wenn du selbst den falschen Ding machst. Ach so. Geht das? Ah, geht. Kann gleich der nächste rein. Ach. Halt, stopp. Wente. Wer ist nicht so nah. Alter. 41. Jetzt kriege ich noch Keks. Humud Tesdow. Humud Tesdow. Stimmt. Das stimmt auch. November. Und September. 81. Alles gut aus. Ach. Ach. wenn ich noch irgendwie schmuggelt der kollege hey wahrscheinlich nur die raum auch nichts scheint sauber zu sein oder foto gut gute fahrt mit spaß in akastan akastan wie heißt das land nächste und der letzte der feierabend hervorragend kinders da haben wir den zweiten tag schon gemacht das so wenn das der letzte ist kann ja nur der das der 50 jährige sein wenn sie musik dann lass mich mal schauen geburtsdatum der ist 50 passt auch alles gut so weiter aber du schmuggelt anscheinend was dann steigen mal aus und lass uns das mal angucken hier naja der ist schon misstrauisch da ist schon mal was dach gibt es hier keins blitzen wir mal auf da mein zweiter tag kollege ich kann nicht da hier gleich blitzen wir mal verstecken jetzt war es das ab in knast mit dir mit den mädchen der roten laterne ja ja ach so das muss ich ja wieder rein tun ins lager vorrangig tun wir nicht hier zu hier auch nicht dass die abhauen ganz schwieriger glaubst du das war es oder was das wird schon gewesen sein naja in der motorhaube habe ich nichts gesehen habt ihr da noch was gesehen ne ne da da hier guckt ja ja gut dann haben wir es das ist unser kollege hier eine rochen oder wat hier kollega mach mal was sauber na gut so feierabend hervorragend kinder dann können wir schlafen ja das läuft doch und gefällt euch das spiel ich finde es klasse es macht wirklich viel spaß jetzt haben wir einen tag zwei dann machen wir das nächste mal nochmal zwei drei tage und dann schauen wir mal wie viel spaß das macht ich finde es bis jetzt sehr gut ich wünsche euch spaß gute nacht und lasst ein like da zwischendurch mal schüsseldorf nacht 5 1 0 sehr